Wer schreibt denn da guten Morgen? Guten Morgen, alles klar. So, ich würde mal sagen, wir packen jetzt mal was zusammen. Folgendes, am kommenden Samstag spielt er, wie gesagt, die Band vom Vater von Jan, wie er immer sagt. Und das ist ja eher so eine Spaßband, die das einfach aus Bock macht und die hat halt mal Lust, jetzt mal was Größeres zu machen mit einer ordentlichen Technikregie und da haben sie mich halt gefragt, ob ich der Ton machen kann, was mich sehr gefreut hat und das machen wir auch alles zusammen und da haben wir uns auch ein bisschen was zugemietet. Also allein an Licht kommen noch mal, kann ich jetzt hier mal exklusiv sagen, 8x Ayrton Magic Blade Air dazu. Das sind ziemlich geile Lampen, die wir da mit reinhängen. Wie gesagt, ein brandneues Voicer-Costec-Topteil, was es noch gar nicht auf dem Markt gibt und nein, ich rede nicht von der Score 8, die werde ich da mit reinhängen. Viel zu Overkill, aber ist glaube ich ganz nice. Viermal Single, 18 Zoll kommt da ebenfalls mit rein. Natürlich ist die SQ dabei und einen Haufen Mikrofone und an Mikrofon kann ich mich in dem Fall mal totschmeißen, obwohl ihr noch einen Haufen auch noch selber mitbringt. Erstmal habe ich hier in dem Körperchen eine ganze Menge Di-Boxen drin, sechsmal Mono-Di-Box und nochmal eine Stereo-Di-Box und dann natürlich zweimal Funkhandsender, weil ich die vom Sound einfach ultra geil finde mit der neuen 65er-Kapsel. Dann haben wir noch zwei Rode-Richtrohr-Mikrofone für Atmo, da es auch mit Video aufgezeichnet wird. Eben das neu gekaufte Talkback-Mikrofon, was ich jetzt nutzen möchte. Zweimal Audio-Techniker AT4040-Mikrofone, die nehme ich eben für Overhead bei den Drums. Das funktioniert extrem gut und das klingt auch richtig geil. Dann haben wir noch ein Audix D6, das kennt ihr auch, das ist ein Kickdrum-Mikrofon, ein Posium-30-Kleinmembraner, dann noch ein Clipper für das Saxophon, noch ein K184 von Neumann, dann noch so ein kleines AKG, was für die Snare zusammen mit einem Dynamischen richtig geil funktioniert, eben zusammen mit einem SN57, also einfach so tatsächlich zusammengetapet, also einfach hier zumpelrum gemacht und das dann so an die Snare gehangen, weil dadurch hast du halt diesen ultra geilen Attack vom Kondensator-Mikrofon und diesen schönen Bauch der Snare vom dynamischen Mikrofon. Wenn du das zusammen mischt, das haut dir einfach so ins Gesicht, das macht halt richtig Spaß und deswegen habe ich halt gerne das Snare doppelt oder sogar dreifach, wenn man halt noch den Teppich dazu nimmt, aber das mache ich in dem Fall nicht, weil ich brauche es nicht. Das ist Quatsch in dem Fall. Dann haben wir noch zwei mal SM58 hier drin, einfach typisch zum irgendwo hinhauen, falls man nichts mehr hat und ich habe noch einen Sennheiser 945 und ein zweites ist gerade unterwegs, weil ich die einfach im Gesang ultra geil finde, weil sie sind super koppelfest und klingen auch ohne Equalizer richtig nett und dementsprechend zerhackt man sich auch nicht alles irgendwie an Phase oder so. Ist schon ein ganz nettes Gerät, mag ich ganz gerne. Genau. Was haben wir noch hier drin? Ja, noch so einen Haufen Befestigungsaccessoires, ich bin jetzt hier der Beauty-Youtuber der Veranstaltungstechnik. Zweimal K&M-Serie-Schiene, kannst du halt für Paddel nehmen, wobei ich da eher die Große nehmen würde, für AB-Mikrofonierung, für XY und vor allem für Atmos, das ist ganz cool. Dann habe ich fünfmal diese König-Omaier-Klemmen, die sind auch schon ewig in meinem Lager. Die kannst du einfach an der Trommel, an den Kessel außenrand klemmen und machst du das Mikrofon drauf, was du da drauf machen möchtest. Und noch mal eine Halterung von Gravity, die kann man einfach zum Beispiel für die Hi-Hat, ist das super geil, wenn die von unten mikrofoniert, machst du hier dein Kleinmembraner rauf, machst das an den Tender der Hi-Hat und dann kannst du die Hi-Hat von unten mikrofonieren, hast kein Stativ im Weg. Der Jammer freut sich, es sieht gut aus und klingt trotzdem nicht schlecht, aber ihr müsst natürlich daran denken, dass wenn ihr sowas macht, ihr müsst bei diesem Mikro natürlich auch die Phase invertieren. So, was für einen Pult nimmst du denn mit? Natürlich meine SQ6, die steht direkt da vorne, die packen, packe ich nachher noch ein. Ähm, genau, Voice hat doch eine Karte mit Usern. Guck doch da mal, ob es jemand in der Nähe mit deinen Wunschlaussprechern gibt. Hä? Ich verstehe jetzt irgendwie da den Zusammenhang nicht. Voice-Akustik ist ja nicht weit von mir entfernt. Also, äh, ne, ne, ich habe ja, also was ich habe, habe ich alles, was ich brauche, habe ich alles, falls du mich denn mit meinst. Genau, wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, zu dem Gig, den wir jetzt, äh, am Samstag machen, zusammen mit Jan, also Stage 223, dann haut das mal gerne hier rein. Hm? Hallo Mr. Toastbrot. Und dann gucken wir mal. Gut. Bams. Ist jetzt hier noch irgendwas, was fehlt? Warte mal, ihr dürft nicht vergessen beim Packen. Immer auch mal einen Stift mitnehme. So. Ach, wisst ihr was? Dann können wir eigentlich folgendes machen. Wenn die Kamera jetzt dahin zeigt, was? Ist auf anderen bezogen. Ja, okay, alles klar. Gut, gut, gut. So, hallo. Ja, jetzt seht ihr, ob ich die Kamera umbaue, weil die andere Zeit dann sowieso nur ins Leere. Ist ja auch ein bisschen Nonsens. So. Ab mit dem Magic Arm. Warte mal, können wir die jetzt, wo, wo hänge ich die jetzt hier an? Ich habe ja nichts Gutes zum Anschlagen, habe ich das Gefühl. Ah, wartet mal. Boah. Jetzt bin ich aber auch, äh, überfragt hier so ein bisschen. Hm. So. Ja, wartet mal, Moment. Jetzt müssen wir mal kurz mal gucken. Wo war das hier, äh, äh, festbamseln? Ah, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier oben ist eine Schraubzwinge angeschraubt. Da mache ich jetzt einfach den Kack Magic Arm ran. Was soll's? Bin hier nicht auf dem offiziellen Event, da kann ich machen, was ich will. Also zumindest habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. So. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. So. Bin gleich wieder bei euch. Au. So. Zack, tada. Dann haben wir jetzt wenigstens, auch wenn ich jetzt hier gleich was packe, auch noch da eine Kamera. Ist es nicht schön? Ja, finde ich auch. Okay. Äh, Stift wollten wir holen. Was? Hat meine Lieferung über... Aha. Achso. Hm, ich bin der andere. Alles klar. Siehst du, das passiert, wenn man halt nicht immer alles sofort checkt. Oh, was haben wir denn bekommen? Ui. Geil. Dankeschön. Finde ich gut. Mann, das, das lohnt sich doch hier richtig, Freunde. Nein, das finde ich, finde ich cool. Das macht dir auch einfach Bock, weißt du? Das, sowas ist ja auch sehr motivierend. So. Jetzt gleich wieder Schule. Ja, da hast du leider in den Haufen gefasst. Das tut mir natürlich leid. Ich kann leider nicht zu einem anderen Zeitpunkt streamen, weil ich muss halt hier jetzt Technik packen für den Gig am Wochenende. Dann schaffe ich das nämlich nicht. Und, ähm, was ist jetzt schon wieder passiert? Danke fürs Follow. Geil. Und, ähm, heute ist ja, wie gesagt, ab 16 Uhr Einlass bei Voice-A-Course steht das DJ-Meet-Up, wo auch ein paar andere Gäste kommen, wo ich auch da sein werde. Und da muss ich mich auch noch mal kurz vorher natürlich ein bisschen zurecht machen. Also ich mach mich eigentlich nie zurecht, aber ich meine, wenigstens mal unter die Achse sprühen. Genau. Und jetzt ein bisschen mal kurz was zusammen anpacken, was wir hier schon gepackt haben. Also gepackt ist, Handsender haben wir. Kapsel haben wir auch. Ich habe ja eh den Bus von der Schule noch den Stream geschaut. Na, ist doch auch schön. Also wenn man, wenn man es sogar, wenn man es sogar von der Priorität her bis dahin schafft, bin ich jetzt nicht böse rüber, sagen wir es mal so. So, 60i-Boxen haben wir ebenfalls. Na, geil. Vielen Dank. Finde ich super. Na, ist doch toll. Bei mir geht gleich eine Vorlesung los. Ist auch geil. Und er sitzt auf dem... Wo die Menschen alle sitzen, das finde ich total geil. Wo sie hier den Stream gucken. Finde ich schön. So, SM58, genau, haben wir auch gepackt. K184, zweimal AT4040, Prosimum 30, SM5850S. Ah, ein BP40, ja, siehst du, siehst du, siehst du, das BP40 fehlt noch. Ich stehe vor der Fräsmaschine. Das Toastbrot steht vor der Fräsmaschine. Das ist jetzt auch schön. So, wartet mal. Hier BP40. Ach du Scheiße. Ist übrigens auch ein geiles Mikrofon, mit dem haben wir auch viele Podcasts aufgenommen. Allein die Folge zum Beispiel mit Stefan Lohsträter. Da hat er reingesprochen. Ich auch. Und viele andere Sedgehog-Folgen wurden eben mit zwei dieser Mikrofonen aufgezeichnet. Ich habe jetzt noch eins im Lager, weil ich es andere bei Ruven gelassen habe. Denn wir nehmen am Donnerstag bei Ruven ebenfalls eine Podcast-Folge auf. Und reden wahrscheinlich so ein bisschen über den Job in Kiel. Gucken wir mal. Aber dieses Mikrofon macht sich übrigens auch ultrageil an Gitarrenverstärkern. Kann ich mal dazu sagen. Ich sitze auf dem Rasenmäher. Jetzt im Ernst? Ich würde es so feiern, wenn das wirklich stimmt. Ich würde es so feiern. Ey, wie geil. Sitze bei Musik-Apotheken-Store. Watze? Wahrscheinlich im Apothe... Okay, alles klar. Ich hatte heute mega viel Auswahl. Ich sitze fein vor Vectorworks und mache eine Zeichnung für mein Angebot fertig. Das finde ich gut. Übrigens, leider ist Vectorworks eine Software, die ich nicht beherrsche. Ich habe den auch noch nie wirklich so richtig benutzt. Aber ich finde immer geil, was die ganzen Kollegen, die ich so kenne, damit machen. Allein bei Abenteuer Tanz übrigens. Das ist hier dieser Job, den ich hatte mit Janis. Auch irgendeine Nikos-Klicks-Folge. Ich weiß gerade nicht mehr, welche. Wahrscheinlich 15, 16, irgendwie sowas. Die mag ich heute noch sehr gerne, die Folge. Und da hat er auch alles, was er an Licht reingehangen hat, vorher in Vectorworks erst mal komplett zusammengehauen. Da war ich auch so. Okay, Digi. Well done. So, die packen wir immer in eine Mikrofontasche. Sonst sieht meine Handzimmer nachher aus wie Sau. Und das muss ja nicht sein. So, und ach so, genau. Und dann würde ich euch noch Folgendes empfehlen. Deswegen nehmen wir mal noch eine Mikrofontasche raus. Weil ich bin jemand, der guckt nicht jedes Mal beim Zurückpacken in die Gewinde rein. Bei manchen Mikrofonen kann es mal passieren, dass beim Rausschrauben die Reduziergewinde fehlen. Und deswegen packe ich mir ganz oft noch eine Tasche ein, wo noch mal irgendwie eine Handvoll dieser Reduziergewinde drin sind. Und mich fällt gerade auf, dass ich gar nicht mehr so viele habe. Wir machen mal zehn Stück drin, siehst du. Ich scheine nämlich schon oft welche nachgefüllt zu haben. Deswegen, die kann man, die sollte man immer auf Lager haben. Ist immer sehr gesund, Reduziergewinde beizuhaben. Schmeißen wir sie auch hier rein. Und damit ist der Koffer hier schon fast voll. Ich tage euch das mal eben. Ich tage euch mal kurz, wie voll dieser Koffer hier ist. Nächstes Mal brauche ich mir noch mit dem Handy eine NDI-Verbindung, dass wir das so in die Kamera halten können. So könnte man das vielleicht ein bisschen sehen. Habe ich jetzt hier links auch zugemacht? Nee. Gut. Das sieht man nicht, wa? Alles voller Mics, alles voller DIs. Hier ebenfalls noch Mics mit Hands und dann unten drunter. Und hier das ganze Hardware-Zubehör. Und ich würde halt da, wo die Hardware drin ist, jetzt noch so klein Adapterkabel reinpacken. Also alles, was so Sexchanger ist und sowas. Und dann ist der Koffer auch schon fertig. Machen wir ihn lieber erst mal zu. Und vor allem beschriften. Kann was Neues? Ich höre dich als Podcast, haha. Das ist auch schön. Achso, ich verstehe also ohne Bild. Naja, bei mir da holst du heute. Ich bin echt so durch. Ich habe in den letzten Tagen auch oft Schichten gehabt, die so 17 Stunden am Stück waren. Und deswegen bin ich irgendwann... Bin ich der Einzige, der langweilig vorm Rechner zu Hause sitzt und einfach chillt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich einer der wenigen bestimmt. Aber sonst... Womit schreibst du deine Rechnungen? Ebenfalls mit Musiker-Job. Kannst du einfach machen. Ist ja super easy. Ich sitze zu Hause im Wohnzimmer, schaue dir zu und bereite an meiner Meiders Pro 2 den nächsten Gig vor. Meiders Pro 2... Geiles Pult. Richtig seltenes, aber sehr, sehr schöne Konsole. Also... Finde ich gut. Dass jemand noch... Das finde ich gerade wirklich reis. Dass man noch jemand Meiders Pro besitzt. Ich habe ja auch zwei Menschen in meinem Kontaktreis, die Meiders Pro 1 besitzen. Ist ja an sich auch keine schlecht. Ist ja der kleinere Bruder davon. Und die lieben das Ding halt auch wie Sau. Das ist halt auch ein echt cooles Pult, muss man dazu sagen. So. Natürlich beschriften. Wie sich das gehört. Und falls ihr da irgendjemanden fragt, wo ich die Labels her habe und so weiter. Von productionplate.de oder komm. Eins von beiden. Müssen wir mal probieren. So. Warte, welchen lustigen Namen denn... Also erstmal Jobnummer, logisch. Aber welchen lustigen Namen denken wir uns jetzt aus? Ich nehme jetzt nicht den Band-Namen, der hier steht. Nö. Es muss was kurzes sein. Ich wollte es gerne nennen, Jans Kinderparty oder so. Aber das kann ich nicht machen. Warte mal. Habt ihr Ideen? Habt ihr Ideen, wie wir den Job jetzt nennen können? Ja, die Dinger klingen wirklich mega. Also M32 feiere ich nicht so, muss ich sagen. Aber das Pro-Zeug ist schon richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Meine Packcase sind ja nicht meine Kisten. Ich hab die ja bauen lassen bei Pack direkt. Also die heißen wirklich Packcasebau in Berlin. Und da kommen meine her. Genau. Was ist nicht zu wenig? Nee, das ist zu lang. Maximal zwei Worte oder so. Oder drei ganz kurze Worte. Was ist in der Flasche? Da ist Spiritus drin. Das ist einfach Brennspiritus. Und damit putzt man diesen ganzen Krempel immer weg. Genau. Wie berechtest du denn deine GXR? Nach Stundenaufwand, Equipment, wie machst du das? Na ganz gewöhnlich für jede andere Großfirma. Also jeder Artikel hat bei mir einen Tagesmietpreis. Jeder Artikel. Und wenn halt jemand nach dem Job fragt, dann mach ich ein Angebot fertig. Dann wird da jeder Artikel, der benötigt wird, da reingebucht. Dann wird mein Tagesrat damit reingebucht. Gegebenenfalls, nachdem wie weit es ist, die Anfahrt, der Transport, weitere Techniker und so weiter. Und dann ergibt sich daraus ein Preis. Fertig aus. So ist es halt. Jan Delay. Das finde ich gut. Ja, das machen wir so. Können wir auch, da es ein Spaß gibt, können wir auch auf jedes Case andere Namen draufschreiben. Hauptsache die Nummer ist die gleiche. Also wäre ja auch lustig, oder? Finde ich. Finde ich. So. Mics. Und die Eyes. Wunderbar. Haben wir jetzt auch noch was zusammen geschafft zu packen. Ne? Wenigstens etwas. Tja, ja.